Am Reiterstandbild Graf Anton Günthers, das vom Dresdner Bildhauer Walter Hilpert geschaffen worden ist und das heute an der Einmündung Niedersachsendamm-Kloppenburger Straße steht, haben Christian Bös, Horst Milde, Hans-Adolf Puls und Marlene Schlepper zum 350. Todestag des Grafen am Montag einen Kranz niedergelegt. Das Standbild ist nicht unumstritten. Der Stadtrat hatte sich vor Jahren mit breiter Brust gegen das Aufstellen des Standbildes an exponierter Stelle, beispielsweise neben dem Schloss, ausgesprochen.